hallo und willkommen zurück zu gta online das hat mich sehr verwirrt ich für dominik damit er weiß wann ich die aufnahme starte ich starte in 3 2 1 so dann kannst du synchron dann kannst du synchronisieren es ist super ne geil ja ich guck mal kurz was mach mal weiter ok ja was dann hab geguckt habe ich auch alles in den richtigen ordner machen hoffentlich so brauche ich nicht brauche keine munition ich brauche mir eine schwere panzer klingt gut ja vielleicht gibt es dann ja ausnahmsweise in meiner folge mal mein bildschirm als große aufnahme dann kann man bei dominik mein bildschirm als kleine aufnahme sehen oder ich mache einfach gar nichts und dominik schickt mir dort einfach so rüber wahrscheinlich wird es weiteres aber man kann ja wenigstens sagen dass man es anders hätte machen können das bin ich noch mal ich bin beschaffungsteam nicht wahr ja der team muss ich nur nehmen das ist total geil oder vielleicht ist ja der dominik vielleicht ist der dominik ja so fleißig und sorgt dafür dass man immer in wichtigen momenten den jeweils wichtigeren bildschirm sieht also den groß in der großaufnahme und dann den anderen in der kleinen so ein wechsel aber ob dominik so fleißig ist wissen wir nicht werden wir sehen also lebt ihr ich weiß nicht legt eure hofericht darauf ok ich bin so gekleidet also ich würde es machen aber haha ha ne also könnte ich aber das ist echt richtig geil ich möchte dominik einfach die schuld geben hehehehe danke also falls es nicht klappen sollte dominiks schuld nicht meine hoch ich hab ne waffe die sollte ich wegpacken ja ich glaub wir müssten unter schlichten autos fahren ne ne ich äh mit meinem in meiner sonnigkleidung kann definitiv mit dir mitfahren hehehehe frag dich mal warum ich hier grad äh mein bildschirm aufnehme aber wir könnten die Fall für 7000 dollar überspringen nach dem abend nein das ist mein geld und man kann sie auch nur einmal überspringen also eine person warum sollte ich das machen wollen also ja damit man auch mehr Blödsinn in die Folge reinpressen kann aber nein nein ok ähm 2 Millionen Trillion real numbers not metaphorical ones ja wolltest was sagen ja ich hör da grad zu was die da labern just stay undercover and follow the chopper to its destination ok i also know a good metaphor about a bear defecating the answer is they do unless they are polar bears or teddy bears or big hairy men ok let's get this done and we can get back to robbing banks ok ähm weil wir wieder eine lange Fahrt vor uns haben ähm und wir beim letzten Mal schon über den Tiger King geredet haben die letzten zwei Folgen um genau zu sein ich hab danach auch eine Serie angefangen aber die hab ich nicht gewinnt watch die hab ich aus äh äh sehr gut mit dem Interesse angefangen ich hab mir die Big Show Show angeguckt es ist ok muss man sich nicht anschauen ich schüttel grad mit meinem Kopf ich schüttel grad mit meinem Kopf es ist es ist ne durchschnittliche Sitcom weil leider der Grund der der weswegen ich geschaut hab total scheiße ist der Rest deswegen ich kein also ich könnte eigentlich ziemlich gut machen das ist halt das Problem es geht nicht darum aber es ist sehr komisch äh Spongebob äh über Wrestling reden zu hören äh das ist äh daran werde ich habe ich mich in keiner Folge dran gewöhnt es ist auch sehr komisch Mark Henry, Mick Foley und Prokichi äh I Want It That Way von The Backstreet Boys singen zu hören aber es ist halt so ja also die kann ich nicht empfehlen nicht wirklich empfehlen wenn man irgendwas schauen möchte und nichts anderes zu schauen hat dann ja so schlimm ist es nicht aber ich hab mir 4 oder 5 Folgen angeschaut und das reicht mir und ich hab's wieder geschafft eine Fahrt zu töten na das ist doch super ja das muss ich mir nur überlegen was ich in den nächsten Fahrten noch reden kann über welchen bist dafür werde ich ja Cunningham Zeit haben ja nicht aber ich bin dritt lege libe ich nicht aber ich bin habe ich die 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 da ist der hubschrauber ich bin immer noch unterwegs ja mach ich doch ich sehe ganz genau wo der hinfliegt guck mal da geht er runter ja 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 Oh! Okay! nicht wer was passiert getötet in erlaubterweise ich bin auch in deckung gegangen ist denn der ahner seines agenten nicht mehr heilig anscheinend nicht so ich frage mich wie ich jetzt mal sehen wie ich das selbst erledigen soll ich glaube alleine kann man das selbst nicht erledigen aber ich werde zu wenigstens versuchen der keil ist immer noch nicht tot ist auch noch nicht tot der eine hat eine waffe der andere hat eine waffe scheisse spiel auf ich werde hier echt gut durchlöchert ja häck mal schneller danke komplett kommen ich muss jetzt hier irgendwie lebendig raus warte da kommt hier rein da kommt hier rein verpiss dich verpiss dich verpiss dich raus hier raus ich hab dich hier nicht eingeladen panzerung schwerste panzerung zack ich hab dich nicht eingeladen ich hab dich nicht eingeladen geh nach hause schleichen verbessert sehr schön das sehe ich immer wieder gerne so wo klammer mit dem kopf war es kann ich denn damit rechnen dass du gleich unten sein wirst nicht wirklich ok das ist nicht gut i guess warte ich hab probleme leute umzubringen weil die sterben nicht wirklich das ist durchaus ein problem wenn sie eigentlich sterben sollen und das nicht tun du blöde Mistau komm her so wie das lecken zurück panzerung stirb doch danke so die informationen stehlen hubschrauber so ich bin auf dem weg ich auch ich bin auf dem weg bloß nicht nein 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 ah ich glaube aber du spawnst wieder selbst wenn ich ich weiß wie ich vorgehen muss ich werde ja aber ich ich werde jetzt ich habe so viele snacks und fucking panzerung aufgebraucht ich auch ganz viel munition und pass nix okay aber ich muss nur noch entkommen sehr schön was soll ich können total kurier geht doch jetzt ja ich muss die informationen stellen ok das ist ein bisschen weird wenn ich weiß wo die gegen jetzt sind also auf welcher etage ich bin ein bisschen mehr als ich bin ein bisschen mehr als ich bin ein bisschen mehr als ich So, ich snag lieber, bevor ich da an die Panzerung rangehe. Mit deiner blöden Schrotze. Hat dir niemand gesagt, dass du damit Leute verletzen kannst? Oh, Scope Guns, easy. Oh, schöner Heli. Schön. Nein, will ich nicht So So, wenn ich bei dir drin bin, dann kann ich so langsam meine Sicht wieder einstellen. So Okay So Ah, hab ein bisschen paar Explosionen mehr gemacht als vorher Warte mal Okay, you've got the chopper, now you're pulling out the other team Go to the pickup point near the coroner's office Okay, well, Avon, when we get the chopper back You'll be a step closer to finding out who killed that agent And we'll be a step closer to collecting our paychecks And going back to the easy life Petty theft, you know, instead of theft related to serious matters of geopolitical stability So Oh fuck, do you want to find the location and regroup when the paramedics Scheiße Oh, ich nehm den Behindertenparkplatz Cool Ah, fucking hell! Oh god Oder auch nicht Man, man ist rein Kann sich mein Hedi mal entscheiden, wo er landen möchte So Schön Ich bin gelandet Ich bin gelandet Hör auf dich zu drehen Hier sind die noch nicht los geworden Ja, versuch ich doch! Ah, okay, jetzt kann man die abschillen. Ja, da kriegt sie ja auch. Es kommt, Junge. Hold on. Danke, Dad. Are everyone's thoughts process? Ich denke das a lot. On the double, people. So, sehr schön. Jetzt musst du ihn nur noch absetzen. Da fahr ich ein bisschen Angst. Ich vertraue dir natürlich. Das ist aber nett. Bitte, ich will überleben. Bitte, ich will überleben. Ah, bitte. Danke. Überlebt. Tja, nach dem Einmalstern war das doch ziemlich einfach. Ja. 36.000 Dollar. Nicht schlecht. Kann ich mir von am Anfang der nächsten Mission, äh, Munition kaufen. Bin ich zufrieden mit. Ja. Ist ganz okay. Ja, ist okay. Kann das aber auch nicht. Ja, mein Gott. Es war halt unnötig, dass ich da gestorben bin. Ich hab schon mehr Geld gesehen. Ich hab' ja jetzt nicht mehr Geld gesehen. Es ist nichts mehr geblieben. Ist ja. Es ist schon, es ist vorhanden. Ist ja. Es war anwesend, das Geld, ja. Es war anwesend, das Geld. Ja, es war anwesend. so hallo ich werde mal sagen danke fürs zu sehen bis zum nächsten mal und auf wiedersehen